DAX Trading 4.12.2019 Tagesgewinn, 2600 Euro Autor deseltsamek kennt sie YouTube. Heute ist Mittwoch, der 4. Dezember 2019 und es ist jetzt genau 9.06 Uhr. Der DAX steht bei 12.997 Punkte. Ich kaufe jetzt einen neuen DAX für 12.997 Punkte. Es ist inzwischen 10.07 Uhr geworden, der DAX ist gestiegen auf 13.149 Punkte, ich stelle jetzt glatt und nehme den Gewinn von 152 Punkten mit. Wir haben es jetzt 10.08 Uhr, der DAX hat wieder gedreht und steht bei 13.147 Punkte, ich mache jetzt einen Leerverkauf für 13.147 Punkte. Nunmehr haben wir es 10.09 Uhr, der DAX ist gefallen und steht jetzt bei 13.117 Punkten, ich stelle jetzt glatt und nehme den Gewinn von 30 DAX Punkten mit. Wir haben es jetzt 10.10 Uhr und der DAX ist gedreht und steht jetzt bei 13.125 Punkten, ich kaufe einen neuen DAX für 13.105 Punkte. Jetzt ist es 10.32 Uhr, der DAX ist wieder etwas gestiegen und steht bei 13.146 Punkten, ich stelle jetzt glatt und nehme den Gewinn von 21 DAX Punkten mit. Damit möchte ich für heute Schluss machen, ein DAX Punkten hat heute einen Wert von 13 Euro und ich habe heute gewonnen, 152 DAX Punkten plus 30 DAX Punkten plus 21 DAX Punkte, das macht insgesamt 203 DAX Punkten Gewinn, das sind umgerechnet etwa 2600 Euro Gewinn.